Unsere Falle entkommen ist, verschwand in einer Art grüner Rauchwolke. Und jetzt sind fliegende Affen in der Stadt. Ich glaube, wir wissen, wer uns verflucht hat. Die böse Hexe des Westens? Ohne Witz, die gibt es auch? Fragt die Tochter von Snow White und Prince Charming. Das verstehe ich nicht. Wir sind doch nicht in Kansas. Was soll die böse Hexe des Westens denn in Storybook wollen?